so und damit herzlich willkommen zu einer neuen folge auf mein kanal ja das ist heute ein bisschen info eigentlich kommt ja heute mal alle 17 ich kriege alle 17 aber nicht mehr zum laufen und zocker dafür will das jetzt auch nicht so wirklich alleine das let's play weitermachen von daher ist alles 17 erstmal gestoppt ab nächster woche freitag wird wahrscheinlich alles 19 kommen vielleicht auch zweimal in der woche ich weiß es nicht weil ich auch mein kopf nicht mehr so aktiv zocken will nur noch eine höchsten zwei folgen in der woche aber ich hatte ja jetzt versprochen dass wir mit montags und mittwochs minecraft haben da überlege ich jetzt ob ich es nur noch montags wieder machen und dafür mittwoch und freitag farme simulator 19 machen ja ihr könnt ja mal schreiben ob ihr lieber minecraft oder farme simulator sehen wollte ich glaube ihr wollt in minecraft sehen aber es bringt mir eben nicht so viel spaß wie momentan farme simulator das farme simulator 19 wird nicht alleine sein höchstwahrscheinlich manchmal eine folge schon manchmal nicht also lasst euch da mal überraschen und würde ich sagen es waren meine kleine info ich hoffe euch hat sie gefallen ob positiv oder negativ wenn ja lasst gerne ein like da unten abo falls ihr mich noch nicht abonniert habt dann wünsche ich euch noch einen schönen tag und ciao 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 ciao